Ach man, TNT! TNT! Es ist so schlimm, einfach nur weil ich so viel Pech habe die ganze Zeit. Viel Pech und viel Segen! Auf all deinen Wegen geh'n Glück! Hallo liebe Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von Lucky Blockade mit Sturmwürfel! Mit dem Kev! Hallihallo! Oh Isi! Wissen für dich! Ich wüsste eigentlich meinen Kopf gegen das Mikro hauen, aber es war irgendwie die Käppi dagegen. Wissen für dich, Isi! Schlau halt! Da steht drinne, wieso es ungesund ist, deinen Kopf gegen das Mikrofon zu hauen! Okay, Leute ich lese es vor. Moment, ich geh' hier hoch. Leute, zweite Teil! Kleine Vorlesung! Ja, ja. Also, man haut keine Köpfe gegen Mikros, weil aufgrund der Transaktion auf... Und los geht's! Tschüss, tschüss! Und es geht los! Weil aufgrund der Transaktion... Ich hab das verstanden! Hier ist kein... Achso! Ich weiß nicht, heißt das Transaktion unter Kollisionen, man weiß nicht. Weil Transaktionen haben viel mit Menschen zu tun. Transaktion... Oh Michael! Michael! Vorsicht, hier ist Michael! Michael! Michael, ihr habt doch gesagt, du sollst nach Hause gehen. Oh Michael! So hein, ich hoffe ihr habt dir alle Glück gewünscht. Ich glaube, ihr habt mir noch nicht genug Glück gewünscht. Ah, aber bevor wir das machen mit dem Glückwünschen, bringt ein Dragon Egg jetzt überhaupt irgendwas? Äh? Ja irgendwas sollte man damit machen, ich gebe es aber tatsächlich auch verstanden. Kannst du damit aufwerten und dir mal drauf gehen und U drücken, dann zu gucken was du daraus craften kannst. Ja... Vielleicht gibt's ja was, weiß ich nicht. Hä, man kann U gehen und drauf gucken? Ja das ist doch, echt? Das wusste ich auch nicht, das haben wir nicht installiert Achso, haben wir nicht installiert? Nee Da hab ich gelogen Das war Nero, ne? Das war Nero, glaub ich ja Ich würd sagen, du bist ja voll... Oder Kevin hat eigentlich was Special installiert Ach man, TNT! TNT Es ist so schlimm, einfach nur weil ich so viel Pech habe die ganze Zeit Viel Pech und viel Segen auf allen deinen Wegen Wir sind alle so hässliche Sänger, jetzt mal ohne Witz Kev, du bist ganz schön Argo, wir versuchen wirklich unser Bestes, um dir einen schönen Tag zu bereiten Oh, schönen Tag, ganz ehrlich, ich komme jetzt gleich zu dir und hab einen schönen Tag, okay? Oh, das hört sich nicht so gut an für dich Wir kommen jetzt zu dir, wer ist... Ah, ich bin in den Lava gefallen Welche Farbe bist du? Welche Farbe? Wer? Welche Farbe bist du? Mit wem sprichst du Kev? Mit dir? Hallo, hört jemand irgendjemand? Ich hör da nichts Was du? Der war nicht schlecht, Alter Hat da irgendjemand was gesagt? Oder... Welche Farbe bist du Kev? Hä? Diese Blöcke sind voll komisch, ich komm nicht auf die klar, ich versteh die nicht Was sind die, das ist ein toller Spawn-Level... Captain, das ist mein Ende! Ich wollte ihn nur besuchen und hallo sagen Hier bleibt alles so, wie es gerade ist, Cliff Oh, oi, 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 da ist aber einer... Ich glaub, ich glaub vorsichtig... Ich bleib alles so, wie es ist, hab ich gehört Cliff, hier bleibt alles so, wie es gerade ist Was ist hier? Hier bleibt alles so, wie es gerade ist Ich darf mal nicht mal mehr abstauben bei Izzy Das ist ja echt... Der ist kein Staubi Ich hatte damals mit dem Jump and Run, wo da Lucky Blöcke wieder aufbauen Da hatte ich mehr... Ach, Michael Hatte ich mehr Glück Geh weg von mir, geh weg von mir, Michael, du Arsch Okay, komm, versuch uns jetzt Komm, Michael! Michael Das A und O sind alle Blöcke zu öffnen Das A und O Ist das denn? A und O Lali, 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 lali Das ist aus keinem Lucky Block, das ist... Jetzt alle die Arme nach unten Ich will einfach auf mich gehen Einen Gold, warte ich nicht Das ist... Der Hammer Ach, Mann, oh, die sind voll doof zu mir Alle die Arme nach unten Ich seh's jetzt schon kommen Kev steht mit nem Steinschwert Im Deathmatch gegen Dela, der Mit der Röder Ein Goldabbild hat der Was ist das für ne Folge? Kurzer Zwischenstopp Können wir ja mal kurz drüber sprechen Es ist ne sehr crazy Folge, denn Wie hättet ihr das alles rum? Die zwölfte Folge? Ich weiß gar nicht Ob die zwölfte Folge wirklich richtig steht Seht ihr, wenn das... Wurst Haha Hat man bei Jump Boost automatisch... Automatisch? Äh... Kein Fallschaden? Schallfaden? Automatisch kein Schallfaden mehr? Oh, lol Hab ich Schallfaden gesagt? Ja, aber ich Ja, lol Lali Da steigt das Trollometer bis auf 84 84 hoch? Geilomatiko Ja klar, dich besiege ich auch Leute Frederico Ja Lalalalalala Lalalala Ey, diese Nudeln müssen ja richtig Premium sein, Alter Ja, diese waren immer gut Hat man mal lecker gemacht früher Lalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Gibt's euch eigentlich gut mit euren Lucky Block, Männers? Oh, Peter, Mensch Mir geht's gut inzwischen, ja Mir geht's auch sehr gut Alles gut Mir gefallen diese Lucky Block Mir gefallen diese Lucky Block einfach nicht Auf meiner Insel ist auch noch ein Bogenschütze Manu Peter Kann man nicht mal so andere Lucky Block machen vielleicht? Welche die vielleicht ein wenig Die von den ersten beiden Folgen, die waren super Ich hab letzte Folge vier Minuten gegen Bob bekämpft und bei einem Herz, wo man's Deppen ist gold und jetzt ist schon wieder ein Peter auf meiner Insel Für mich seid ihr alles Bob's Peter ist auch echt behindert, ey Peter ist ein Crazy Boy, Alter Spacko, den mag ich auch nicht so Alter, ey Ein Spacko-Peter Rast aus! Ein Jab Da steigt das Spacko-Peter auf 80 Ey, das ist... Ah Ihr habt ja auch so viele Jabs Ja, Jabs immer noch Du meinst die Schafe? Ja Ich bin der Schafe-König Ich bin der Schafe-König Wow Nicht nur der Pferde-König, sondern auch der Schafe-König King Kong Schafis Ganz genau Kann man so viel King-Junge-Schafis Gott sei Dank Der gute alte King-Junge-Schafis Wer kennt ihn denn? King-Junge-Schafis 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 Am Start Naja, gut so gelohnt hat sich ja auch nicht Oh man, warum denn das? Kann man das damit wenigstens abbauen? Ich hoffe Nein! Leute, ich bin total überfordert mit der Situation Kann man mit der Uhr eigentlich aufwerten? Ne, ne? Kann man mit der Uhr eigentlich sehen wie spät... Ne Ne, war was anderes Ganz ehrlich Ja Das ist doch dumm Das ist doch nicht wahr Ja Alle lucky Blöcke weg Ich hab nichts Geil Also ich meine, ich verarsche nicht, ich habe wirklich nichts Echt? Dann hat Kech aber echt Peff Ich habe die ganze Zeit nichts Das einzige was ich habe, ist ein Emerald-Block-Geschicht, der kaputt gegangen ist Dann hat Kech echt Peff Ja Kech, ey, ich bin Kecher oder wie Was? Emerald-Block-Washer, wieder Schafis, nicey Und jetzt, wo ich Peter töten kann, ist er von der Insel gelaufen Na ja, Leute Ich weiß nicht, was hier los ist, Leute, ich weiß es nicht Da hat der Kech aber echt Peff Peff, Peff habe ich hier Und ich habe zweimal in selben Spots Schafe gespawnt, Leute Also wenn hier ein bisschen viele Schafe sind, dann tut es mir leid Wer mich besuchen möchte, muss erst noch ein paar Schafe durch Wenn es stinkt, ich habe euch vorgewandt Wenn ihr euch jetzt beschwert, dann bin ich auch... Das kann ich mal nicht mehr anstimmen, muss ich sagen Alles, was ist denn jetzt los, Alter? Ich habe etwas da, ich habe etwas geplant, Leute Ich habe etwas geplant Ich baue mir ein Steinschert Das deinem Namen fällt Na 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 Heute ist echt Rage Also Rage ist heute real Oh nein Rage-Obs Man, die Pferde sterben Echt? Ja Kämpf, du! Wir wissen Kämpfhütten! Der ist Kämpfhütten! Was? Was hat Kämpf gemacht? Ihr wisst Kämpfhütten! Der ist auf meiner Insel! Nein! Warum? Was hat Kämpf gemacht? Oh, 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 oh! Was ist los? Ich glaube aber... Ihr töttet Kämpf bevor es Eier legt! Leute, schnell! Komm auf die rote Insel, sonst werdet ihr alle sterben! Ich glaube, wir sollten dringend Kämpf töten Das hört sich sehr, sehr stark danach an Okay, Leute, ihr habt verkackt jetzt, ne? Ist ja wirklich niemand gekommen Das heißt, ihr seid selber schuld am Ende Fuck, was hat er? Was ist passiert? Nice! Mein Tag ist gerettet! Nein! Ich hab so hart abgegriffen! Ja, Leute, mehr als sagen, wir müssen Kämpf töten, kann ich auch nicht! Alter, ich habe so dermaßen abgegriffen Ich würd mich jetzt abgreifen, denn, Alter, ich... Ich würd mich jetzt... So weit wird das sogar gehen! Alter, ich bin... Ein richtiger Griffler! Ein bisschen Griffler! Das ist unmöglich! Junge, aber wie viel? Alter, ich hab so viel Zeit verschwendet jetzt Ja, weil du auch zum schlechten Timing kamst! Du hast auch noch so viel gedroppt, Junge, ne? Das ist... Ja, Junge... Das war Karsten! Was ist das denn hier noch alles so? Das krieg ich doch gar nicht mehr alles aufgemacht hier! Hä? Wo ist der? Ich hab noch so viele Blöcke, Jungs! Alter, verweiter! Junge, das ist unglaublich, ne? Das Deathmatch! Bei mir ist der Typ weg! Lol, bei mir ist der Typ invisible! Das ist natürlich richtig kacke! Scheiße! So viele Blöcke, oder? Ja, ging nicht! Das war ja Mob! Puh! Okay, Leute! Finale, ne? Finale! Oh! Ganz... Titale! Oh! Ich hab jetzt ein bisschen Panik, Alter! Ich hoffe, ich werd geheilt! Ich hab auch Panik! Ich hab auch Panik! Ich sag... Titanic! Es ist die Panik! 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 Auf der Titanic! Panik! So! Oh Mann, ey! Ich komme nicht drauf klar! So! Alter, diese Zeit! Alter, die ist so kurz! Die ist so kurz! Die ist echt so kurz! Sollten wir die nicht länger machen ursprünglich mal? Ja, aber hab irgendwie nie gemacht! Okay! Okay, ist halt so... Geht jetzt schon los? Ey, ich hab das 14 Damage Emerald Sword gekriegt! Läuft bei dir! Läuft bei dir! Alter Luckboy! Alter Luckboy! So! 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 Was ging bei dir ab, Kev? Junge, Alter! Das ist doch nicht wahr, Alter! Oh nein! Guck dir das an! Was ist das? War das deine Potion? Ja! Nein! Also ich... Ich hab dich nicht abgeworfen! Was? Ich hab mich schon down? Oh Junge! Das war eine Potion! Alles cool! Ey, boah nein! Ey, leck mich! Ich hab euch noch nie mal gesehen, Alter! Hey! Ich seh auch keinen! Wo seid ihr? Du musst Slashfix eingeben! Na, ich seh welche! Hallo! Hallo, Dena! Alter, der hat ja was hat denn für den anderen! Hallo, hallo, Dena! Das ist gut für mich, das ist gut für mich, wenn ihr... Hallo! Es wäre ein geiler Fight, Alter, aber... Nee! Seid ihr jetzt beide schon tot, oder was? Oh, Alter, jetzt... Oh, nee! Hat jemand Effekte bekommen? Hat jemand Effekte da bekommen? Oh, nee! Hat jemand da draußen Effekte bekommen? Ey! Was ist denn eigentlich mit Karte los? Was ist denn los bei euch? Warum kann ich denn deinen Namen nicht sehen? Ach so, weil ich es nicht fix machen muss! Hat denn hier keiner Effekte bekommen? Ich seh deinen Namen auch nicht, du bist bei mir unsichtbar! Bei mir bist auch super! Aber ich seh deine Rüstung! Ich seh auch deinen Schwerd! Bekommt hier denn irgendjemand Effekte? Gibt es nicht, ne? Hallo! Hallihallo! Na, du Nudeln? Hallo, Freunde! Nachbar! Wie sieht's aus bei dir? Alles gut? Was geht denn ab bei euch? Macht ihr euch überhaupt nichts? Ich kann's ja nicht mal einsehen! Ah, nee! Ich komm nicht drauf, Alter! Was ist denn los? Läuft auf jeden Fall, dass ihr euch nicht mal aufmacht? Äh, Attacke oder sowas? Ja, ich glaub schon, ne? Ich glaub, aber Dena kriegt kein Damage, ne? Nee, nee! Während er mir ja den Uther-Effekt reingeballert hat! Er hat ihn mir ordentlich reinkanült! Ich glaub, so kann man das festhalten! Sturm, ich komm nicht drauf klar, Alter! Hast du auch die Potion getrunken? Nein, ne? Wie lange dauert das denn? Und Spaß! Ich kann hier krypten, wie ich will! Was ist denn mit dir? Ich hab dich auf keinen Fall abgeworfen! Ich hab das immer in der Base gemacht! Willst du aber abhauen oder so? Das war meine Potion! Ja, ich weiß nicht! Ich kann natürlich abhauen, aber das bringt ja auch keinem was, ne? Also ich weiß nicht! Ich kann auch meine Potion mitnehmen! Hilfe! Alarm! 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 Yeah! Gewonnie! Toller Feind! Das war doch ein toller Feind! Es war deine Potion! Hast du jetzt den da? Also ein Lucky Potion! Hä? Nee! Das hat keinen Sinn gemacht! Echt? Das macht überhaupt keinen Sinn! Ja, weil du mir auch noch die Negatives reingedrückt hast! Dann hast du echt gebraucht, dass ich da noch reingeworfen hab! Ja, auf jeden Fall! Ey, das Ding ist, ich hatte zwei Potions! Speed 50! Ja, aber ich hab das ja aufgekommen! Muss eigentlich meine Potion gewesen sein! Und ich dachte mir... Die boostet mich noch... Ich muss da gleich noch mal reinkommen! Könnt ihr mir erklären, wie ihr gestorben seid? Ja! Ich habe nichts gemacht! Bin angefangen und hab mich nach vorne bewegt gestorben! Hä? Das war mein Kampf! Hä, warum? Ich bin zu stummig! Na, ich hab irgendwas geworfen! Ich hab irgendeine Potion geworfen! Aber ich bin deswegen selber draufgegangen! Ich hab's nicht gestreckt! Ja, wie sind beide dann draufgegangen! Ich hab mich zuerst bewegt und dann tot! Ohne Kampf! Wer ist zuerst gestorben dann von euch? Ich bin zuerst gestorben! Und Leute, was für ein Pech ist das! Die ganze Kleid krieg ich nur Scheiße! Dann kommt der Griffler! Kann sich geiles Android-Equip sichern! Und dann... Kev Griffler, Alter! Der zweite Name von ihm mittlerweile! Dann sterbe ich beim Laufen! Und somit ist der Punktstand Cap auf 14! Weit, weit hinten! Izzy mit 17 Punkten! Schon nah dran! Und Sturmwaffel und Dehner! Beide auf Platz 1 mit 21 Punkten! Oh, nice! Oh, da muss man Gas geben, ey! Das kann doch nicht sein, dass jemand mit Dehner auf Platz 1 bin! Also echt! Junge, das kann echt nicht sein, Leute! Das ist echt mega crazy! Ich brauche mehr Glück! Aber der Kampfrad eben war nicht schlecht! Wir hatten eigentlich dieselben Sachen! Aber hab ich noch geschafft, diese Potion reinzudrücken! Das war nice! Aber wenn der Kampf an sich nur noch draufkloppen war dann! Obwohl ich Emerald hatte und du auch noch Deer, ne? Stimmt, ja! Aber dann Deer war verzaubert auch, ne? Ja, aber nur mit Fire Protection! Das ist okay! Leute, es macht natürlich weiterhin Spaß und wir geben uns weiterhin Mühe! In 3 Tagen geht's so weiter! Vielleicht können wir wieder auffüllen! Ganz ehrlich, 2 Games gewinnen! Da bin ich schon auf 21 wieder! Also, das geht eigentlich, aber... Aber da muss man auch gewinnen! Da muss man halt Glück haben! Und da kommt ihr ins Spiel, Leute! Da kommt ihr ins Spiel! Ihr müsst nämlich für das Glück von Kev sorgen! Hat ja letztes Mal schon gut funktioniert! Macht so weiter, bitte! Ja, genau! Macht so weiter! Hat gut funktioniert! Und jetzt kriegt ihr hier ne Potion rein! Bom! Ja! Und wir sehen uns in 3 Tagen wieder! Optik am Opti, Leute! Tschüss! Wir haben sogar extra Milch mit gegen den Effekt! Block it! Block it! Leckischmecki! Ah ne, das war jetzt ja dummisch! Hab ich auch gar nichts mehr! Egal! Gewonnen! Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen! Mach's gut! Tschüss! 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 Tschüss!